hallo zu einer neuen folge flat 2 ja wir schauen jetzt in den rumba racing cup mit unserem etwas aufgerüsteten pick up ja und ich würde sagen ok ok starten so keine ahnung was ich war nehmen wir spuren ja und sind nicht irgendwie sind nicht spaß und ich habe alles aufhol eigentlich hatte ich gerade gedacht so in der aufnahmepause nicht aber in der zwischen den beiden aufnahmen vielleicht spiel weiter aber ist auch doof gerade ich weiß gar nicht weil ich das nächste aufnehme entweder ihr habt Glück oder auch nicht obwohl wir entweder oder ihr könnt noch ein bisschen mit entscheiden sonst in den nächsten rubrik oder so nehmen wir uns pick up der einzelste vorteil ist aber langsam langsam merkt mehr das wird und dann so und man kann jetzt auch nicht sagen das mit 50 klamotten durchfährt wir können so ja so viel was möchtest du denn das wenn das das die 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 nicht wollen ein bisschen strom sparen weil wir brauchen wir strom im auto wir brauchen wieder ok wir lassen jetzt mal die tankstelle durchfliegen so der jack ist hier vor uns hier vor uns mal eine sagen ja wuuh 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 Ohi, super blöd. Ich fülle mir die Sophie noch. Sophie, ja. Ich weiß nicht warum ich immer Sophie sage. So liegt sie sich hier. Jetzt kriegt er selber. Nee, noch nicht. Nein. Okay. Das ist gleich gestrottet. Ah ja, Dragon. Hallo. Wie geht denn so? Okay. Haben wir die da rausgeschmissen? Wie viel rausgeschmissen haben wir denn jetzt? Drei Stücke oder so? Okay. Das war aber nicht unsere Schuld. Position 2. Okay. Hehehe. Rausgeschmissen? 2. Okay. Good. Zweiler. Okay. Gut. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Witztaste. Ich habe irgendwas zu anlesen. Naja. Oh. Grey. Dark. Oh. Das können wir auch machen. Wenn wir mal rüber schmissen werden. Ne? Okay. Schmeißen wir mal. Aufdrängen. Nichts. Ich gehe mal hervorrufen. Das ist ein ganz schönes Spott. Deshalb möchte ich dieses leichte Auto nicht. Weil ich hätte auch schon gefahren damit. Ich habe ihn auch schon mal gehabt. Ein leichte Auto ist wirklich nicht schön. auch weil du selber ja keine andere Fläche hast wenn du ein leichtes Auto hast dann fährst du den Auto ja, als wenn du in der Mama fährst oh, oh, oh oh, hallo danke, danke, danke oh, da kommt ein KD auf die Straße oh oh oh, ein wenig fest oder auch nicht hopp einmal drehen bitte wenn wir nur drei Runden, ja oh oh wir brauchen ja auch Platz 7 wir brauchen ja nicht nur Gelb wir brauchen ja auch Platz 7 wir brauchen ja nicht nur Gelb wir brauchen ja auch Platz 7 schade aber hab ich mir schon mal gedacht dafür war es jetzt zu weit neben uns drücken wir müssen mal ein bisschen vorwärts kommen jetzt mal vorwärts vorne vorwärts vorne vorwärts so dudu du 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 dann können wir uns mal vorwärts kommen dannióniónióniónión du doll an im die 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 Sophia ist gleich geschichtet. Die ist mit großem Sprung in die Geschichte angegriffen. Ja, die ist mit großem Sprung in die Geschichte angegriffen. Ja, die ist mit großem Sprung in die Geschichte angegriffen. Oh, wir haben rausgeschmissen. Jack, Aliyah, tausend Schaden an der Lage. Oh, leider nicht geschafft. Oh, guck mal, da ist er wieder. Der Jacky. Jacky McDick-Jack. Wir haben ihn jetzt. Oh, das ist für Verlierer. Für Feiglinge war die an die Seite. Schade. Oh, genau. Warte, nochmal irgendwo hinschieben. Naja, man kann ja nicht alles haben, ne? Geschrottet. Hausschmiss. Das sieht auch gut aus. Okay, die haben einen Bulldozer. Ich glaube, die ist ein Bulldozer. So, nächste Runde wieder. Ab und gehen rein. Oh. Ja. 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 Oh, wir haben einen Scam gemacht. Yo, Alter, Halt, Halt! Hallo, danke. Danke. Frank, Frank. Frank. Franky, Franky. Ames wieder. Oh. Da haben wir gar nichts mehr zu tun. Da wollen wir. Frank, Frank. Alles neu im grünen Bereich. Alles neu im grünen Bereich. Was geht hier? Oh, ne? Oh! Das war auch nicht überhaupt die Ding. Ja, aber... Fertig, das geht. Du musst hier so ein bisschen... Schaden haben. Das ist schon ganz Schaden haben zu. So wie wir alle. Einfach eine kleine Schaden haben. Und diese vierten... Das ist auch nicht. Finden wir, kennen wir, einfach mal sehr, sehr befähig. Ich freue mich. Oh! Und das kommt ja. Oh! 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 ein rennen noch ein rennen für ein rennen stadt wieder die haben wir da durch das kopf aus hier wird auch nicht ausgehebelt passiert also es hat schon vor großartig zu haben Hallo, guten Tag, schau mal zurück, ja, freien wir. Der Hydro, der Hydro ist jetzt extra schul. Oh, hier fehlt ein Reifen. Komm, wir helfen dir mal. Sophia, sollen wir dir helfen? Doch nicht. Doch. Das war eine Erkenntung voller Ereignisse. Die müssen wir auch mal ein bisschen anschieben, bitteschön. Komm, komm mal, Jackie. Können wir den Jack hier noch ein bisschen anschieben? Oh, oh. Jetzt seht ihr auch so langsam mal so die... Oh, oh. Oh, oh. Jetzt seht ihr auch so langsam mal so die... Oh. 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 Und dann schieb ich den hier was auf die Straße. Alle auf die überhaupt alle ankommen, ey. Geben noch zwei Worte. Oh, da wurde einer geschrattet. Ich hoffe nur, dass wir alles aufhören. So, ich hoffe, dass es uns geht. Wenn nicht, tut mir das leid. Aber lieber ein bisschen gecuttet als kompletter Spot. Und... Boah! Verlüde, weil ich so... Wie gedacht... Jenny! Boah! Boah, Scheiße, wir qualmen auch schon. Wir haben genau ausgeteilt. Ohoho! Ah, jetzt nehmen wir nur noch eine Wunde durch heute gleich. Vielleicht sollen wir jetzt mal nicht so übertreiben. Geht die Qualität auch schon? Aber da gibt es Leben hier noch. Was ist denn da vorne? Ach, der Jims. Da haben wir schon mal ein gutes Leben, oder? Oh, da haben wir noch volles Leben hier. Was ist mit dem denn los? So kann er auf jeden Fall nicht durchs Ziel. Halt, halt, heile. Halt, heile. Ne, 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 ne. So nicht hier, mein Freundchen. Das müssen wir halt noch ein bisschen ändern hier. So, sieht doch schon viel besser aus. Ne, 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 hier geht keiner heile durchs Ziel. Was ist denn das für eine Manier hier? Ne, 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 dafür steht dieses Rettformat nicht in seiner Mannschaft. So, dann können wir jetzt auch ganz genau so fahren. Dann genug, unruhig, gestopptet hier. So, wir sind angekommen, glaube ich, am Ziel. So. Okay. Ja. Also, Geld haben wir auf jeden Fall genug. So, was haben wir da ein schönes freigeschaltet? Haben wir was freigeschaltet? Wir haben nichts freigeschaltet. Ha. Ich glaube, das Tune, das ist ja nicht so interessant. Wir sind auch nicht weitergekommen. Warum sind wir nicht weitergekommen? Weil wir hier, oder ich hier nur auf den vierten Platz gekommen bin. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, Tune ich erstmal mein Auto. Ne, ohne euch. Oder mit euch mal eben, können wir auch machen, schnell geht der Schratzefatze. Und dann starten wir hier nochmal rein, damit wir halt hier nochmal schön weitermachen können. Und damit würde ich sagen, während ich diese schöne Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.